Ganz besondere Produkte aus ganz besonderem Holz. Olivenholz. Es gibt Olivenbäume, in deren Schatten vielleicht Jesus ein Mittagsschliefchen gehalten hat. Es soll in Palästina, Griechenland, Kreta und Syrien Olivenbäume geben, die über 2000 Jahre alt sind. Damals waren die Olivenbäume noch nicht bis Italien und Spanien gelangt. Was Genaues mit den Olivenbäumen auf sich hat und warum sie so optimal für deine Küche sind, erfährst du jetzt. Der Olivenbaum wächst sehr, sehr langsam. Die Bäume werden sehr oft in ihrem Lebenszeit beschnitten, um die Olivenernte üppiger zu machen. Das lässt die Bäume klein, knurrig und sehr krumm wachsen. Der immergrüne Olivenbaum kann in freier Wildbahn etwa 20 Meter hoch werden. Doch unter der Obhut der Menschheit wird er zu einer kleinen, verwachsenen Kreatur. Sein Holz ist härter als Eiche und sehr dicht. Es quillt daher in Wasser fast nicht auf. Das macht es zu einem der wenigen Hölzer, die für Schüsseln, sogar Becher und anderes Geschirr geeignet sind. Olivenholz weist zudem auch eine hohe Alterungsbeständigkeit und einen anhaltenden Schutz vor Schädlingen auf, weil in dem dichten Holz Öle und antiseptische Wirkstoffe enthalten sind, die der Baum zum Eigenschutz bildet. Deshalb wird er auch so alt. Schon der antike Dichter Homer wusste um die herausragenden Eigenschaften dieses Holzes. Olivenholz weist zudem eine wunderschöne, feine, strukturierte und kontrastreiche Maserung auf. Kurven, Schlangenlinien und Wirbel verleihen Olivenholzgegenständen schon einen fast kunstwerkartigen Charakter. Kaum ein anderes Holz bietet das. Sogar Schmuck und Ketten werden daraus hergestellt. Diese Eigenschaften kommen daher, dass der Baum so langsam wächst, weshalb die Jahresringe so eng beieinander liegen. Da die einzelnen Jahresringe immer sehr dunkel voneinander abgegrenzt sind, weist Olivenholz eine unvergleichliche und elegante Holzfarbenpalette und ungewöhnliche Optik auf. Tatsächlich ist es von Natur aus geradezu vielfarbig. Die Farbpaletten spiegeln von leicht rötlich bis ins Gelbe. Das Splintholz, also der aktive saftführende Ring zwischen Kern und Rinde des Stammes, ist fast cremefarben hell. Die besonderen Eigenschaften dieses besonderen Baumes befähigt ihn, in den heißen Gegenden des Mittelmeerraumes zu überleben, sodass er uralt werden kann. In diesen oft sehr trockenen Ländern gibt es Regionen, in denen es oft monatelang nicht regnet. Und doch hält es der Olivenbaum in senkender Hitze unter den heißen Strahlen der Sonne und in staubtrockenem Boden unbeschadet aus. Er hat deswegen aber auch besondere Fähigkeiten. Er treibt seine Wurzeln leicht bis zu sechs Meter tief in die Erde, um an Wasser zu kommen. In der Bibel wird der Olivenbaum wegen seines Holzölgehaltes auch Ölbaum genannt. Aus der Kultur der Mittelmeerländer ist er kaum wegzudenken. Er wurde schon im vierten Jahrtausend vor Christus kultiviert und ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Kein Wunder also, dass diese so wichtige Pflanze, die dem Menschen ein so gutes Holz, Olivenkernöl und leckere Oliven bietet, schon in der griechischen Antike hoch verehrt wurde. Die Göttin der Weisheit, Athene, stritt sich mit dem Meeresgott Poseidon darum, wer Herrscher über die schöne, wichtige und reiche griechische Region Attika werden sollte. Göttervater Zeus beendete die Streitigkeit, indem er beschloss, dass derjenige, der dem Volke Attikas das schönste Geschenk mit unvergesslichem Wert gibt, die Herrschaft über Attika erhält. Der Wettbewerb wurde auf dem Felsen ausgetragen, auf dem heute die Akopolis steht. Poseidon nahm seinen Treizack und stieß ihn mit unwiderstehlicher Wucht in den Felsen. Sofort sprudelte helles, sauberes, glitzerndes Wasser aus einer Quelle hervor und tut es auch noch heute. So wunderbar dieses Geschenk auch war, Athene hatte noch eine viel bessere Idee. Sie ließ einen Ölbaum aus den Felsen wachsen, der dem Volk nicht nur köstliche Nahrung und kostbares Öl schenkte, sondern auch ein wunderbares Holz, aus dem die Menschen von Attika Schüsseln, Becher, Häuser und Boote bauen konnten. Überdies ist das Olivenöl ein Schönheitselixier, förderlich für die Gesundheit, Grundlage für Salben und Pflegecremes. Der Verzehr von Olivenöl schützt vor Herzkrankheiten und entgiftet sanft den Körper. Damit stach Athene den Meeresgott Poseidon aus. Der Olivenbaum war als Geschenk der Götter von so hoher Bedeutung, dass die Sieger der damaligen olympischen Spiele einen Kranz aus Olivenzweigen aufs Hauptgesetz bekamen. Der Zweig des Ölbaums ist auch ein uraltes Symbol für Frieden, denn er bedeutet Glück, Wohlstand, Fruchtbarkeit und Gesundheit. Und das gibt es nur im Frieden. Die Schönheit des Olivenholzes und all seine Vorteile machen es zu etwas ganz Besonderem. Als Tischplatte zieht es die Blicke auf sich und aufgrund seiner Härte und Dichte kann man es als Schüssel, Bretchen oder als Becher im Alltag benutzen und sich jeden Tag daran erfreuen. Besucher werden sich fragen, was es für ein wunderschönes Edelholz ist, worauf die Salatschüssel und das Besteck liegt. So schönes Holz sieht man eben sehr, sehr selten. In unserer Videobeschreibung findest du einen Link, wo du das wunderschöne Olivenholz bestaunen und auch erwerben kannst. Das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Möchtest du noch mehr erfahren? Schaue sehr gern auf unsere Webseite www.weltdergesundheit.tv. Dort findest du viele redaktionelle Beiträge. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst dir so viel Gutes tun. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Gesunder Lifestyle. Immer dienstags, immer pünktlich um 16 Uhr hier auf YouTube. Deine Jana.